So, halli hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play League of Legends Wank It Season 6. Immer noch Season 6, ja. Sobald es Season 7 ist, werdet ihr es auch daran merken, dass es in einer anderen Playlist ist. Und dass der Titel anders ist. Und dass meine Einleitung anders ist. Und dass ich jetzt doch lieber wieder mein Dings anmache. So, die Teams, ihr seht sie hier. Oh, what the heck? So mit steigender Verbindung. Ähm, okay. Hätte ich nicht gemacht, muss ich zugeben, aber gut. Ich meine, man kann es ja versuchen. Das war richtig. So. Hals, Maul. Top ist schon totale Action. Wie viel hat denn dein Spin? Ähm, ja, wie sieht es aus? Es gibt ein Platin-Spieler, das ist der Twandle. Sonst sind alles Gold-Spieler. Äh, Grace und ich sind Gold 1. Drin da ist Gold 3. Fizz ist Gold 4. Das helfe ich immer eben. Das war knapp, Junge. Ähm. Echo Gold 1. Shen Gold 1. Jenna Gold 2. Und die anderen beiden Gold 4. Shyvana und Raven. So, damit hätte ich das durchgegeben. Oh Gott, so einen hessischen Skin für Jenna. Mein Beileid. Hoffentlich hast du den aus einer Truhe nicht gekauft. Dafür nämlich echt sogar noch Geld ausgegeben hast. Ey, wow. Was hat denn sie? Shyvana, ne? Shyvana ist Top-Jungle gestartet anscheinend. Okay. Meine Bubble verfehlt einfach, aber er fängt trotzdem seine Axt, oder wie? Hat er die gefangen? Weil es gerade nicht aktiv ist. Bam. Sehr schön. Sander Lord. Okay, Grace mit Sander Lord. Vor allem, Grace ist doch so ein OP-Charakter mit dieser Heal-Ability. Haben die jetzt hier drin gewordert? Wahrscheinlich, ne? Die Jenna kam so ekelhaft nah ran. Ey, muss so gehen, verstehe ich jetzt nicht, warum mit Sander Lord. Aber ich meine, ich verstehe auch keinen Graves ADC. Ich verstehe Graves mittlerweile überhaupt nicht mehr, warum man den nimmt. Er war eine Zeit lang OP nach seinem Rework. Er kann immer noch verdammt gut nuken. Aber er hat schon sein Fett wegbekommen. Sagen wir es mal lieber so. Ja, das hat nicht so viel gebracht. Und genau das meine ich. Jetzt würdest du dich doch theoretisch schon verdammt gut healen. Nur durch Auto-Attacks. Na, kommst du das Minion machen? Ich nehme das als Ja. Ja. Und ich bin dadurch jetzt leider oben. Und die Jenna schildert nämlich einfach nur. Sie hat, glaube ich, noch nichts anderes gemacht, außer Schilds. Jetzt hat sie mal ein Wort gesetzt. Och, halt's Maul, Junge. Na, ist der nächste Schild der Jenna? Ich sammle jetzt erstmal Mana und Auto-Attack einfach mal. Der Dwellen hat... Du, was? Du, was? Du, was? Du, was? Ich verstehe die Masteries. Der ADC ist nicht so hundertprozentig. Ähm, du hast verdammt viel Schaden gerade durch irgendwas geschluckt. Ich wollte gerade sagen, ich hab dir jetzt noch... Schieß wenigstens drauf, Junge. Du hast einen Slow auf deine Schüsse. Und du, was tust du? Keine Ahnung, was er da getan hat. Ja, er hat keinen Mana, er kommt nicht hinterher. Das ist jetzt dann natürlich sein Problem. Er hatte nämlich vorhin noch einen schönen Storm auf seine Schüsse und... Keine Ahnung. Gingen gar ein Minions fest oder so? Ich weiß es nicht. Aber das sah gerade richtig dämlich aus. Aber er hat da gar nicht so dämlich bis jetzt gespielt. Aber er hat einen Slow drauf und steht da einfach. Und... Ja. Keine Ahnung. So müsst ihr mir jetzt theoretisch jetzt... Oh, der ist auch fast tot. Das wäre... Oh, schade. Das müsste ich mir theoretisch nochmal angucken, Alter. Ich hatte jetzt gerade... Egal. Das Ekelhafte ist... Wer hat den Kill? Draven, natürlich. Er hat seinen Bonus Gold. Das ist das Dumme dran. What the fuck? Er war schon einkaufen? Ja, schnell. Ja, nee. Er war nicht einkaufen. Er ist gestorben. Stimmt. Shyvana und Jenna haben überlebt. Ja, Draven ist gestorben. Stimmt. Äh, ja. Da flog deine Axt gerade in den Busch. Du hast echt super drauf reagiert, Raven. Ich hasse das, wenn ich heile... Und die dann in dem Moment wegdashen oder ähnliches. Beide. Och Gott. For fucking wheelchair. Wielchen. Bleib auf deiner Kacklehnung verreckt da. Ganz im Ernst. Ich hab keine Ahnung, was du da machst. Okay. Deswegen ist es noch ein Doppelkill. Das hat leider nicht getroffen. Ist aber auch relativ egal. Ich wollte mich eigentlich nur die Shyvana abhalten, jetzt noch zum Drake zu gehen. Aber ja, auch wenn er jetzt ein Doppelkill gemacht hat, fand ich diesen Play trotzdem sehr riskant. Aber G Shyvana hat den Köln bekommen, ne? Ja, okay. Das heißt, wir müssen nur... Das heißt, wir müssen nur... Ihnen kann man nur ein bisschen auf sie aufpassen. Loll. Wasn't planned. Out attacks for the win. Oh, schade Na, meinst du, wir kriegen sie nochmal? Ich nehme das als nein Erlaubst du mich Backsupporten? Ich nehme das als ja Das bringt mir nämlich wenigstens etwas So On my way, Biatch Momentan läuft es gar nicht mal so schlecht Wer halt gerade mies gefriedet ist, ist die Shavenner Die kann halt auch wirklich viel reißen Allerdings Haben wir hier noch einen Tründer in der Hinterhand Und allein durch mich auch noch gut CC Also auch wenn sie etwas reißen kann Wow Wie gesagt Und jetzt die Heal-Ability Messe, die wäre so OP Weil sie ist allgemein auch so OP auf dem Charakter What the fuck Okay Shit, ein Pinkwort Wo sind die? Warum sind die weg? Hä? Reicht es denn? Ah ne, da ist er Schade, dass du nicht weitergerannt bist Natürlich, danke Tower Ah, der Fisk verkackt leider schon ziemlich hart Das schießt der Turm auf mich und macht dir mal Schaden Das ist nicht gut Der war gut Ich versuche da mal deine Lane zu halten Ah, Fisk, warte, komm her Ich kann nicht etwas hochhielen zumindest Und gehe dann jetzt zurück Ich laufe auch nochmal rein Aber nur weil es geil ist So Ähm Lieber erstmal das machen Scheiß drauf, ich hole mir Äh, probiert Hier, den auch Dann gehe ich wieder bottom Also, der Graves Könnte momentan ziemlich gefähr Oh, Scheißwander, Vorsicht Ähm, könnte ziemlich gefährlich werden Da ein Graves verdammt viel Schaden raushauen kann Vor allem, ja, Burst mäßig halt ADC mäßig Ist er zwar auch stark Wenn er in Range ist Das ist der Punkt Wenn er in Range ist Kann er auch mit Autotix noch gut Schaden machen Aber das bedarf halt schon Oh, Scheiße Renn doch bitte weiter Einfach Läuft Da mit dem Fisk war es zwar ziemlich knapp, aber hey Echo incoming Und ich war Fehler Hardcore Okay Eliminiert Bevor seine Ulti Überhaupt In Gefahr Reichweite war für uns Also eine Ulti war gerade Hier oben ungefähr Glaube ich Das heißt, sie hat uns Ja, ich glaube Sie hat hier den Graves getroffen Warte, eine Säule Okay, rennen lieber Genau, beißt das Minion Das war wichtig Kriegst du auch ein Heal Arsch Ach, ich weiß nicht Leider hast du den Blue nicht, ich Ich renne hier oben nochmal lang Was haben wir denn für einen Drachen? Meeresdrachen Hallo Hallo Ich will den Drachen nicht hängen Er verpässt dich Och, renn doch hinterher Meine Fresse Jetzt solltest du da weg, mein Freund Ich habe genug Gold Sowohl für das Als auch hierfür Und auch schon mal dafür Ich verstehe es nicht Warum man solche Fight-Stunge Fightet Ja, du hast die falsche Massway dabei Natürlich Ach, du willst sogar wirklich rein Okay Okay, ich konnte dich jetzt gerade nicht healen Nope Okay Er will aber Sehr schön Was lebt jetzt noch hier in der Mitte Der Shen war kurz hier Und die Shyvana Genau Ist noch irgendwas hier Das Shen-Schwert war zumindest Aua Gerade noch hier Da ist es aber auch weg Gut Shyvana ist bottom Okay Ich bin da um Hilfe Dann renne ich extra zu ihm Dann tötet er sie doch alleine Und geht einfach weg Was für ein Huso Menno Bin ich beleidigt Ähm Ich würde aufpassen Was für ein Huso Okay Weg Weg, weg Du hast ihn doch Schon längs Hat er eigentlich keine Doch hat er Er hat die Kneid sogar dabei Wie mies Direkt Morelos geholt Der Kleine Hallo Tschüss Heilen tue ich dich jetzt mal nicht Weil ich mir schon dachte Dass du weg möchtest Ulti Zwei konnte ich hier vom Leib halten Jetzt zeigt nicht deine Stufe sieben Ich hab sie da weggehalten Meine Fresse Wenigstens bedankt er sich Muss man da ganz ehrlich sagen Wenigstens bedankt er sich Ich wollte gerade sagen Er ist Tektor Stufe sieben Dabei hat es Nichts Mit seinem Talent zu tun Da ich es halt war Die die Welle reingehauen hat Und dann nochmal den Shannon G Ähm Ich wollte gerade sagen Gefiert halt What Easy Entschuldigung Und Slow habe ich auch noch hinterhergehauen Aber der hat leider die Shyvana nicht erwischt Das wäre nämlich eigentlich das wichtigste gewesen Schade 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 Lalalalalalalala Schalalalalala Lalalalalalalala Lala Autsch Dieser Turm Der ist böse Ich werde mal so ein Stück weiter Hinten stehen Erwischt Okay Läuft Okay, sie haben's gewendert Wtf Ich danke fürs Zusehen Leute Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Achso, ja, und da gerade die Ernste hin habe ich gerade freiwillig den Turm getackt Ich wusste, dass ich den Turm Akku habe, falls da noch was zu kommen sollte Das, also die Leute die mich länger verfolgen sollten das ja mitbekommen haben, dass ich das öfter mal mache Einfach mal den Turm tanken, damit mein Team Ehm, einen freien Teamfight am Turm hat Oder einen freien Tower Dive hat, denn Ich bin als Supporter halt nicht So wichtig und dieser Schaden ist halt besser Ähm, auf mich Anstatt zum Beispiel jetzt auf den Fisk gewesen Gut, egal, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Ciao Bye